Wenn die Nibelungen zu den Festspielen nach Worms laden, dann waren bislang zwei Dinge immer gewiss. Ein imposantes Bühnenbild am Fuße des Doms und ein Ensemble mit den Größen des deutschen Films und Theaters. Die beeindruckende Bühne soll es auch in diesem Jahr geben. Von einzelnen Superstars hat man sich aber bewusst verabschiedet. Das Team steht im Vordergrund. Für mich sind wirklich diese SchauspielerInnen, die auf der Bühne stehen werden, das sind für mich alles Stars. Das sind alles super intelligente, wahnsinnig schlaue, gute, qualitativ hochwertige SchauspielerInnen, die aktuell im deutschsprachigen Raum arbeiten oder in der Performance-Szene arbeiten. Das finde ich einfach großartig. Auch diese Menschen haben alle einen Namen, aber sie sind quasi noch am Beginn, dass ihr Name international bekannt wird. Das ist das Ensemble. Jung, bunt und zum Teil auch ganz schön schrill, zumindest für Wormser Verhältnisse. Was alle eint, die Vorfreude auf die Festspiele im Juli. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Das wird eine sehr intensive Zeit. Ich habe noch nie Freilichtbühne gespielt. Ich habe mir das gestern das erste Mal angeschaut. Hey! Und bin da wahnsinnig aufgeregt. Und habe Respekt vor der Aufgabe auf jeden Fall. Die Nibelungen möchten in diesem Jahr aber noch mehr sein als gut gelaunt, jung und bunt. Sie wollen brechen mit den klassischen Rollenbildern. So verwundert es nicht, dass mit Ruby Commie eine Frau den Hagen verkörpern wird. Ich entdecke ganz oft auch maskuline Seiten an mir, aber auch ganz total weibliche Seiten. Und deswegen war das für mich so selbstverständlich. Ja, klar spiele ich einen Hagen. Also wirklich, so habe ich geantwortet, als ich die Anfrage bekommen habe. In der Vergangenheit waren die Aufführungen immer sehr anspruchsvoll. Zum Teil auch, so war es zumindest aus dem Publikum zu hören, ein wenig extravagant und nicht für jeden zugänglich. Selbstverständlich möchte ich alle Menschen mitnehmen, weil das ist ja auch das Spannende an meinen Theaterabenden, dass die verschiedene Menschengruppen ansprechen. Weil es gibt die Möglichkeit, immer in meine Inszenierungen reinzugehen und sich zu denken, ach, das ist ja ein leichter Abend, ein leichter Genuss, das ist ja eine Komödie. Manche kommen aber rein und sagen, oh, ich bin wahnsinnig traurig aus dem Abend rausgegangen, weil er mich berührt hat. Ob das Stück zum Lachen ist, zum Weinen oder vielleicht auch zum Verzweifeln, möglicherweise auch alles zusammen. Die Premiere ist in zwei Monaten.